So, hallo, ich werde wieder ein wenig Fortnite streamen. In der Zwischenzeit habe ich auch mal ein bisschen so gespielt wieder. Bisschen gefarmt. Krempel gemacht. Und... Ah, das ist ein bisschen nervig, dass das Lama direkt ausgewählt wird, sobald man in den Bildschirm da reingeht. Well, that's me. Oh, there go my kneecaps. Okay. So kam da direkt voran. Okay. Das war, glaube ich, jetzt gar nicht mal so schlecht vom Loot her. Ja, hier habe ich mal wieder die komplett voll. So, 1115... Äh, 20... Wie viel habe ich denn hier? Steht nirgendwo noch? Nee. Zumindest nicht das, was ich sehe. Das könnten Sie ruhig dann anzeigen. Wie viel man da schon hat. So, wohin gehe ich jetzt als nächstes? Was ist das? Ich glaube... Das... Oh, Backpacks da ist. Das ist natürlich auch interessant. Hm, 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 hm. Das ist verlockend. Party Tag oder Party Resistance? Nee, ich glaube, ich nehme mal die Resistance. Wenn ich auf den richtigen Button klicke. Ich glaube, ich nehme mal die Resistance. So, und jetzt hat man mich wieder doppelt. Das habe ich gut gemacht. Ähm, so. Jetzt habe ich hier keine... 315? Nee, das langt nicht. So, da habe ich auch nichts. Armory. Da habe ich wieder neues Zeug. Ja, die ist ja identisch, wenn ich das richtig sehe. Die habe ich gelevelt. Ja, dann kann ich eine wahrscheinlich in meinem Collection Buch tun. So, Ninja. Ist da. Wo ist die Dame? Hier ist sie. Und dann nehme ich natürlich die kleinere. Ah, fertig, Gratzpunkt. Ich habe auch nichts dagegen. So, Survivor. Da hatte ich eine neue. Ich glaube, der Punkt ist gerade drüber. Ja, ja. Und die habe ich, glaube ich, auch mehrfach. Ah, die habe ich mehrfach. Ich kann die auch jeweils eine mal ins Collection Buch tun. Soldier. Und zwar sie hier. Ja, die sind identisch. Und noch eine Kiste. Und das andere war Outlander. Ja. Ja, die sind auch redendisch. Gut. Schematics haben wir hier. Ach, da haben wir noch den Platz. Alles rein. Und da sind anscheinend noch Ausrufezeichen irgendwo, die ich nicht finde. Oder? Jetzt nicht mehr. Sehr gut. So, hier habe ich jetzt noch einen Punkt zu verteilen. Oh, das ist beides natürlich interessant. Ich glaube, das nehme ich. Dann habe ich hier bei den... Jetzt kurz... Ach, meine Expeditions. Die habe ich ganz vergessen. Und? 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 Oh, das sieht doch gut aus. Okay, Crafting Supply Supply. So bleib ich. Na, guck mal. Wenn ich sie ja losschicke. Ich glaube, ich... Ja, das... Hm, 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 hm. Ah, wahrscheinlich, weil ich sie als Hero ausgewählt habe. Wenn ich jetzt... Äh... ...sie hier nehmen. Dann müsste ich doch... Ah, das wäre so 96%. Ah, das geht. Das ist okay. Die 4% werden mich natürlich in den Abgrund reißen. Ah, vielleicht hätte ich auch Outlander nehmen sollen. Hm. Ah, sie ist hoch. Okay. Ähm... Die EMT-Squad. Habe ich mittlerweile eigentlich jemand mit dem... Nee. Ah, das hier gibt ein Match, okay. 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 Ich habe das eben gerade kaputt gemacht. Ja, jetzt ist es anscheinend wieder da. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Muss ich vielleicht auch nicht. Haben wir sonst noch irgendwo hier? Ist es offen? Nee. Gut. Ah, hier habe ich Mission Defenders. Was machen die eigentlich? Die Leute bin auch noch eine Mission. Ich habe mich schon bei placing die... Hm, habe ich die hier, oder? Okay. Gut, dann... Add to Trap. Okay. Ach, da muss ich mehrere sogar machen. Okay. Ja, ich hätte vielleicht auch einen Constructor nehmen sollen. Oder ich nehme den Ninja. Ja. Ja, das wäre hierfür auch nicht schlecht. Ja. Dann ist Ninja Zeit. Okay. Locate the Landing Zone. Search a word for the location of the incoming data payload. Fortify the area. Prepare for... Blah, 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 blah. Defend the payload. Payload. Super. Da fühle ich mich ja gleich wie in Overwatch. Super. Da fühle ich mich ja gleich wie in Overwatch. Und ich habe mal wieder keinen Platz. immer wieder... Was sind diese Seasaw-Dinger da? Aber erst mal sollte ich vielleicht... Nein, Backpack ist wohl... Ah nee, Metal wollte ich da sowieso nicht. Habe ich sowieso voll. Zombies. Okay. Okay. Ah, da bin ich gerade nicht hochkommen, das habe ich ja gut gemacht. Haha. Nein, nicht bauen, sondern Wurfsterne vorbei werfen. Ich bin so ein Gitterlinier. Kann ich eigentlich? Was ist das? Nee, ich wollte einen Filgarten. Da ist ein Ausrufezeichen. Und hier ist die Anomalie. Will dich an... Nein, ich will die an... Will dich die... Ich bin sehr unschlüssig gerade. Ach, was soll's. Double Jump. Nee, weil ich zu viel gerannt bin. Das habe ich auch. Okay. Hm. Ich bin wunderbar. Du bist wunderbar. Ha! Ha ha! Ja, ich brauche einen Zambi-Safe. Naah. Oh. Da. Da. So. Wadda. Ja. Und da hinten. Da oben ist übrigens der Ballon, habe ich das Gefühl. Da oben ist übrigens der Ballon, habe ich das Gefühl. Nein. Oh. Nein, das war zu spät und das nur weil sie nachblasen musste. Meine Zielgenauigkeit mit den Wurfsternen ist großartig. Ja, da fehlt der Zombie runter während ich hochspringen. Ah, da wäre eine Tür gewesen. Ja, die Tür werden nicht überwertet. Wo ist sie denn? Oh, ich muss auch... oh Gott, oh Gott. Ich würde lieber nicht. Oh, das ist gut. So. Und da hinten ist noch eins. Ah, da war's. Ah, nein, das war... der Goldene Bär. Das sind noch weitere Zombies. Hallo. Hallo. Oh, da war's. Ich verstehe. Hier geht's. Wo ist er denn? Und da war's. Ich brauche, ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Ich habe keinen Platz. Was recyceln wir denn heute mal? Kaulichotka. Oder war das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, so wie ich mich kenne. Und da hinten war das Ausrufezeichen. Und demnächst sollte ich eigentlich auch mal anfangen, meine Basis zu bauen. Help! Ah, wirklich? Ich kann's believe it. Ja, Ausrufezeichen, sehr schön. Nein. Auf Bratz das Vieh habe ich gerade keine Lust. Und auf keine Zeit. Bis zum nächsten Mal, Commander. Dann mal zurück. Es wird Zeit. Und von da kommen sie. Okay, dann mal ganz schnell. Okay, wie machen wir das jetzt? Dann habe ich welche. Okay. Okay. Okay, jetzt geht's nicht so gut. Okay, jetzt geht's uns weiter. Jetzt co Nummer, gedreht nicht! Also Loser geht's jetzt zurück. Und dann. Dann. Da kommt ja schon der erste. Jumperkette brauche ich nicht. Ich würde gerne eine Falle bauen. Kann ich hier jetzt? Ah, die... Nein, kann ich nicht. Ah, ich muss hier. Ich werde ihn beeilen, weil da geht ein Pechtlos. Ja, ich muss hier. Ja, ich muss hier. Ja, ich muss hier. Ich muss hier. Ja, ich muss hier. Ich muss hier. Ja, ich muss hier. You serious? So, dann bin ich mal gespannt, wie das hier klappt Die already File, successfully retreat File, successfully retreat Spinning dead Another file Ich will eine Wand, zwei Lepone Oh, 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 oh. Gott. Zeta's looking good. Our fort's in danger. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen besser, oder? Ja! Au, 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 okay. So, ich wollte aber... Das ist ein Interessant. Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. Oh, oh, au, au, au. Au. Da gegen das runter. Das ist eigentlich ganz schön, wie das hier funktioniert. Ich muss nichts machen. Hier, das hätte ich nicht machen müssen, anscheinend. Oh. Nein! Ich krieg dir jetzt die Sachen kaputt. Ja, immerhin konnte ich so ein bisschen abholen. Ja, komm. Hier entwerfen. Genau. Hallo. 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 Die Dame. Bitte aufhören damit. Dankeschön. Danke. Ja, ist alles gut. Oh, das sieht nach einem Blick aus. Noch 30 Sekunden. Das ist ein ganz dicker. Oh. Oh, 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 oh. Nicht heute, Chums! Smash Beasts auf der Luft! Perfektion! Ja, das lief ja richtig gut. Hat für mich zwar auch eines an Feind gekostet, aber... Ja, ich glaube so langsam verstehe ich es. Ich habe eine Vor-Fahrt-Fahrt-Fahrt! Das ist eine Wolatsch-Fahrt! Dann mal gucken, was da drin ist. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das dauert auch noch ein bisschen, aber das sammelt sich an. Seasaws, was auch immer das ist. Das werde ich irgendwann durch Zufall herausfinden. Ja, da habe ich jetzt eine Mission gemacht. Ah, mit dem Outlander könnte ich natürlich noch was machen. Ja, und da muss ich einfach auch... So. Das wird... Äh... So. Oh, zwei Bauen. Das ist nicht schlecht. Weil dann kann ich... Das hier kaufen. Ne. Ach, ich brauche beides, glaube ich, um das... Ne. Oh, das habe ich schon. Habe ich da schon? Ah, das habe ich gut gemacht. Das habe ich ja schon. Ja, okay. Das macht jetzt auch nichts. Das wollte ich ja vorhin holen. Von daher. Ähm... Ich glaube, das hier wollte ich noch. Dann komme ich nämlich hier hinter. Genau. Defenders kurz. so... Ja, und das war's für heute, weil es ja auch schon 10 nach 11. Dann noch euch einen schönen Abend und demnächst wieder bis zum lustigen Holgerchaos, wenn ich es mal wieder nicht gebacken bekomme. Bis demnächst!